hallo ihr lieben herzlich willkommen bei meiner rezepte heute kommt das rezept für pommes dörner für alle die das rezept noch nicht gesehen haben wie man dörner vorbereitet zeige ich euch erst mal wie dörner vorbereitet wird und wie ihr dann euren pommes dörner zu hause auf die schnelle vorbereiten könnt und kommt dann auch gleich zu den zutaten ich habe 500 gramm hat fleisch gemischt rind mit lang fleisch 3 esslöffel joghurt eine zwiebel eine zeh knoblauch zwei esslöffel gris dann brauchen wir ein esslöffel rote paprikapulver ein teelöffel pfeffer ein teelöffel blattpaprikasalz und ein teelöffel thymian und ein teelöffel backfilmer brauchen wir noch so ich gebe jetzt alles da rein auch joghurt das ganze jetzt zu meinem abfleisch so und gebe dann ein teelöffel backfilmer noch mit rein so jetzt werde ich eine frischhalte folie auf meine arbeitsplatte drauf legen und rolle das ein und gebe das in das gefrierfach rein so ich habe meinen dörner jetzt aus der tiefkühltruhe raus genommen ihr konntest nach zwei stunden raus den drei stunden oder aber auch einfach drin lassen und dann bei bedarf rausnehmen und jetzt werde ich das in ganz ganz dünne scheiben schneiden so ich habe meinen dörner schon in ganz ganz dünne scheiben geschnitten und jetzt werde ich das frittieren so für den pommes dörner habe ich natürlich erstmal meinen dörner dann habe ich meine dörner soßen die ich selber gemacht habe und wir brauchen pommes und salat also mein dörner fleisch habe ich ja schon angebraten jetzt werde ich pommes frittieren während die pommes frittieren werde ich das fleisch schon mal vorbereiten ich werde mein fleisch einfach klein schneiden einfach in dünne scheiben schneiden und vermische das dann einfach mit dem salat das könnt ihr alles mit den händen machen das wird einfach miteinander vermischt ihr könnt so viel fleisch so viel salat nehmen wie ihr möchtet das ist natürlich euch überlasten so meine pommes sind auch fertig ich werde jetzt zu den pommes jetzt muss ich mal hier ein bisschen platz schaffen zu den pommes einfach dörnerfleisch und salat geben und dann wird das ganze einfach vermischt wie gesagt so viel ihr möchtet ich mache jetzt für vier personen und habe mir natürlich auch extra diese box besorgt damit das auch bisschen original aussieht und dann kommt da jetzt natürlich mein pommes dörner rein so dann könnt ihr beliebig soßen darüber geben ihr könnt natürlich auch zwischendurch noch soßen drüber geben ich vermischt das gerne so das wäre dann auch mein pommes dörner wer noch kein pommes dörner gegessen hat oder selber noch nicht gemacht hat der sollte es unbedingt mal ausprobieren hoffentlich hat euch auch dieses rezept gefallen ich wünsche allen die das ausprobieren möchten viel spaß dabei ich würde mich freuen wenn ihr meine videos teilen und kommentieren würdet falls ihr meinen kanal noch nicht abonniert habt könnt ihr den jetzt abonnieren und sage tschüss bis zum nächsten video bis zum nächsten video bis zum nächsten video